Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal des Langer Hörstudio. Ich sehe heute mal ein bisschen anders aus, denn es ist Silvester und Sie sehen das letzte Video für dieses Jahr. Heute informieren wir Sie mal nicht über die neuesten Trends der Akustikbranche, sondern möchten uns bei Ihnen für die zahlreichen Besuche sowohl in unseren Fachgeschäften als auch online bedanken. Dankeschön! Das Jahr war für uns alle nicht leicht, aber mit Ihnen zusammen haben wir es geschafft und freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr wieder bei uns zu begrüßen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2022. Und nicht vergessen, bleiben Sie Hörfit!